so jetzt wieder ein Jahr jetzt klären wir sind gerade aufgewacht ist es ist in der Nacht nehmen dann hier aufgewacht sind ja wir waren ja in der Hölle und heute spiel ich mal ein bisschen länger ich hab mir Zeit nicht wirklich doch kein Feuerwehr ich hab mir erst gedacht so wir haben Kohle und wir haben so Blöcke will ich ja sowieso nicht färben ah wie ging der Lapisler Luki Block Kiemen müsste ich mich später mal erkundigen auf jeden Fall ach du fuck 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 Held woher das ist ja noch krass Kripp 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 ich habe mich bei der Händigkeit die Messe ich abknellen. Ahne, wir können uns hier haben, wir haben ja Fäden, reichen die für ein Bogen. Ja, Gott, ich liebe es. Ähm, wie das? Wir müssen noch Sticks haben. So und... So, ja! Okay, das ist eh nur dort. Ich benutze wenig den. Oh, na, der läuft mit nem Pfeil. Komm, 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 komm. Oh, Gott. Na ja, der wenigstens den Fall. Super, du liebst den. So, dann können wir ein bisschen vorraten. Äh, ich vergesse nicht, was. So, also, wir haben ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letztes Jahr bestimmt Philipp war also, äh. Ich hab keine Ahnung, wie der Lapis in La Lucy Block ging. Aber wir haben Kohle. Und daraus machen wir uns jetzt fucken. Bis die Kohle leer ist. Okay, dann nehmen wir uns den Boom mit gleich. Hier ausbauen wir jetzt noch Material, weil wir werden noch brauchen. Hm, oder ne, weißt du was? Damit wir das schwierige Zeug gleich abbauen können. Machen wir zwei aus Eisen, was er hoffentlich sowieso noch finden. Die eine haben wir dann hier, zack. Und dann machen wir noch eine aus Stone, damit wir noch so, damit wir halt noch das nicht so wichtige Zeug abbauen können. Das Chicken ist fertig. Hier können wir noch irgendwas verfeuern. Was wollen wir noch verfeuern? Ne, es ist ja noch ein Wort Chicken. Waaah! Äh, bitte funktioniert! Ta-da-da-da! Es hat natürlich nicht gereicht. Wir haben jetzt Zeit. Ja, wirst du warum nicht so chillig machen? Wir haben Zeit. Ähm, weil ich spiele ein bisschen länger, heute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen kann. Aus irgendeinem Grund bin ich geschockt. Ach ja, habt ihr schon euch geholt? Battlefield? Äh, wenn nicht, dann, ja, das Ton, das Ton. Also, ist ja, heute, heute rausgekommen, heute oder gestern. Ja, die Gegend. Gucken, ob sie gut aufreißen. Waaah! 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 Ja, hab ich schon mal so den Trailer rein? Alter! Alter! Also, ich meine, ja, ich dachte Battlefields ist... Nee, also... Ich dachte immer, man war für drei wird der Renner. Aber wenn ich jetzt das so alles sehe, die ganzen Spielszenen. Alter! Ein geiles Game! Boah! Also... Boah! Echt krass! Also, so krass habe ich selten was erlebt. Sehr selten. Hammer, 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 wir haben ja was dabei. Nee, echt, also, ich war noch nie so richtig überzeugt von Mittelfield, aber... jetzt hat es mich gepackt, also... Habt ihr das gesehen? Guckt euch mal... Den nicht den My... My Life Trailer an, sondern... Diesen kompletten Trailer, wo es zwölf Minuten geht. Ach, da sieht man richtig die Spielsequenzen und da kriegt man schon richtig Lust. No, die sieht's geil aus und vorrückt, bekloppt. Nein! Lol! Okay, ich weiß, was ich tue. Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Was? Was mach ich jetzt? Wer nimmt mich? Okay, sure. Ah, too much. Okay. Ahem. aber ich rede gerade wenig mehr ich habe auf jeden Fall Battlefield ist irgendwie gerade so das Hammerding Hammerding bisher ist dieses Jahr noch Monster frei aber ich werde mir im nächsten Zeitraum also hier muss erst mal folgendes hin hier haben wir noch remote und dann das hier oben wird ja erst mal so ausgangspunkten dass er oben ist die Schnellcraftingbox das hier unten ist die so ein bisschen die normale Arbeitsstation sich um Materialien schon schnell verwerten ach fuck dafür haben wir ja den Kleppner dabei der Kleppner klemmt durch jedes Loch und 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 sie wenn dann aus die ersten Jahr an Stoßen wird das schon letztlich er ist noch nicht rechts rechts dort jetzt wollen wir jetzt tun haben ja jetzt tun kann es hier jetzt gehen und dann muss ich noch eine Schwestern ich muss mir aufpassen bevor wir das Zeug hier alles einsammeln wenn jederzeit dieser Lava Fluss uns noch mal vor den Weinen springen okay also glaube ich jetzt nicht dass hier mit was passiert und nichts passiert und 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 mir und müssen später machte Langer aber jetzt ist es hier nichts das können sie höchstens noch ein wenig durch das Wasser was soll er sich mal ziehen funktioniert manchmal sogar das nachdenken, was auch immer das ist. Ich hab noch nie davon gehört, mit diesen mystischen Dingen, man muss nachdenken. Okay, also hier ist erstmal nicht so viel, dann müssten wir jetzt viel, viel weiter auskramen. Außer natürlich, wir bauen jetzt den Brother ab, was nicht außer ist, sondern was tun wir jetzt. ich will keinen Flammen, doch mal brauche. Ahh man, ich will echt, weil ich nicht hasse nie mehr Gold. Ich will das nicht. Ach, ah ja, los, 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 los. Leicht die nana, wa, hier kommen nicht weiter. Alter. Ich will den Nahrungsfluss mal so nachstromen. Wow. Oh! 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 Oh Gott, 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 oh ist Ortschicht ich bin ja ja fast aufgenommen hätten ja alles schöner in der Lama verloren wo die Leere hinfällt um auch ganz ein paar ich schaue jetzt schon um hier und Ich werde jetzt mal nicht so easy-go-freundlich. Und dann